Bitte wieder herhören. Wir müssen uns ein Ziel setzen. Da Iljas Leben auf dem Spiel steht, bleibt uns nun nichts anderes übrig. Wir werden die dunkle Ilja einfangen. Oh, und wie? Hast du dafür auch eine Strategie? Ich geb's zu, es wird nicht leicht, da wir nur wenig Informationen haben. Doch glücklicherweise wissen wir bereits, was ihr eigentliches Ziel ist. Ich hab da eine Idee. Was? Echt? Ja. Und du wirst dabei auch mithelfen müssen. Mhm. Aber jetzt, wo ich so schwach geworden bin... ...könnte ich euch zur Last fallen? Ach, nur keine Sorge. Du kannst auch in diesem Zustand etwas für uns tun. Ich übernehme dann den Löwenanteil. Wir werden sie uns schon schnappen. Und zwar um jeden Preis. Ich bin so froh, dass ich mich auf Rinn verlassen kann. Ich streng mich an. Nee! So! Lass mich runter! Hä? Händet ihr? Das soll der Plan sein? Sag mal, denkt ihr echt, dass eure Strategie aufgeht? Oh je. Ein Köder auszulegen ist die einfachste und effektivste Methode. Und wenn Ilja dieser Köder ist, wird sie ihr nicht widerstehen können, trotz offensichtlicher Falle. Und zur Absicherung haben wir noch ein Luxusmal hingestellt. Es ärgert mich schon, dass der Plan von dir ist. Aber ich geb's zu, er ist einfach perfekt. Sodass mich nicht widerstehen. Ondern nächsten Mal. Ihr wisst euch... Vielen Dank.